Dieses Video ist möglich durch die Unterstützung vom Taschengeld-Team. Für deinen nächsten Einkauf nutze gerne den Link in der Videobeschreibung und wenn du dabei noch sparen willst, dann unterstütze uns gern als Patreon- oder Kanalmitglied. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Ja, in der heutigen Folge zeigen wir euch einen neuen Kickstarter und heute geht's um kleine Flieger. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und heute stelle ich euch mal einen Kickstarter vor, der nämlich am heutigen Tag startet. Und zwar geht es um das Spiel Air Raid 3646. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe dieses Projekt tatsächlich einige Monate auf Facebook verfolgt und dachte mir so, hm, okay, da kommt ein neues Fliegerspiel. Sieht ja ganz nett aus. Kommt aus deutscher Hand und ja, es kommt tatsächlich aus deutscher Hand, denn unter anderem steckt dort Air Raid 46 mit drin. Air Raid 46 kennen wahrscheinlich viele von den erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen, die die Jungs gemacht haben damals. Super geile Miniaturen, geile Miniaturen-Ranges gemacht. Und natürlich alles an Zugriss-Teilen, die es irgendwie nicht so gab und so ein bisschen abgefahrene Sachen. Und ja, und dann war ein bisschen Pause um Air 46. Und jetzt kommen sie zurück mit einem neuen Spiel. In Zusammenarbeit mit einem gesamten Team. Unter anderem steckt dort auch der Barbeck dahinter, ein leidenschaftlicher Tabletop-Spieler, seit vielen, vielen Jahren im Hobby unterwegs. Und die haben sich zusammengefunden und haben ein neues Game gemacht. Ja, und das Ganze nennt sich Air Raid 36 bis 46. Und ja, ich werde euch heute mal ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin jetzt beinahe. Da ist nichts passiert. Ich bin jetzt beinahe. Zu Beginn sollten wir natürlich erstmal das Wichtigste erwähnen und zwar den Kickstarter-Link. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im angehängten Videokommentar. Dort solltet ihr euch auf jeden Fall mal die Kampagne anschauen, denn ich finde es irgendwie wirklich interessant. Air Raid 3646, ein Jäger-Flugzeug-Jäger-Spiel und auch Kampfbomber, erinnerte mich stark natürlich an Warlord Games Blood Red Skies. Denn wir haben hier Flugzeuge, die, glaube ich, sogar im selben Maßstab-Design sind. Und das war für mich dann erstmal so ein bisschen, ich finde es ja immer ein bisschen komisch, wenn dann so ein Game auf dem Markt ist und dann kommt tatsächlich noch ein Gleiches hinterher. Aber ich muss sagen, ich habe mir das Ganze jetzt mal so ein bisschen durchgelesen und mal ein bisschen angeschaut und ich muss sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Denn fangen wir mal mit den Miniaturen als erstes an. Erstens mal, wir haben hier Weltklasse-Miniaturen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich diese Sachen jetzt hier stehen habe und das Ganze kostenlos zur Verfügung bekommen habe. Nein, das sage ich wirklich, weil ich weiß nämlich, woher sie kommen. Sie stammen aus dem Hause Schilling. Und wenn ihr schon mal Miniaturen von Schilling in der Hand gehabt habt, dann wisst ihr, dass dort eine Ultra-Ultra-Endkontrolle durchgeführt wird. Denn das macht nämlich die Frau Schilling. Und wenn Frau Schilling was macht, dann macht sie es richtig. Und sie schicken dort keine Miniaturen raus, die irgendwas haben. Also ihr findet dort an diesen Miniaturen eigentlich nichts. Wir haben auch schon bei Schilling was machen lassen und wir waren immer zufrieden. Und sämtliche Metallfiguren stammen hier auch aus dem Hause Schilling. Designed wurden die natürlich woanders, aber gegossen wurden sie auf jeden Fall hier in Deutschland bei Schilling. Sie haben auch so ein bisschen erzählt, okay, warum, wieso eigentlich Metall? Ist ja eigentlich total oldschool. Ich finde Metall-Miniaturen auch immer noch Weltklasse und bin auch froh, wenn ich immer mal coole Metall-Miniaturen habe. Weil sie einfach, ja ihr bekennt das, diese Wertigkeit und so, es fühlt sich irgendwie geiler an. Sie haben sich dagegen entschieden, Sachen aus Resin zu machen, weil sie nämlich festgestellt haben, während des Spiels sind dort Teile wohl abgebrochen. Und das ist natürlich dann immer echt unschön. Und wer auch, ja ich muss da jetzt leider auch Warlord Games benennen, wer die Miniaturen von Warlord Games gesehen hat, die Resin-Sachen teilweise, nicht alles. Aber auch da hatten wir das Problem mit verbogenen Flügeln und das war teilweise sehr unschön. Bei Metall kann man das, wenn da mal was ist, wobei ich muss sagen, das ist ultra schwierig da was zu verbiegen. Bei Metall kann man das immer noch ein bisschen schöner wiegen als bei Resin. Bei Resin kann das auch mal schief gehen, wenn ihr das zu warm macht und dann, ah, dann ist es komplett versaut. Aber diese Flugzeuge sind wirklich vom Detailgrad her, sind die mega. Das heißt, ihr zieht da eine Schicht mit der Airblasche rüber, meinetwegen auch mit dem Pinsel. Dann könnt ihr hier super geil Panel-Lining betreiben, weil diese Sachen nämlich richtig schön scharf sind. Das heißt, ihr könnt hier einen Wash reinlaufen lassen, das wird in den Ritzen super hängen bleiben. Also die werden, glaube ich, relativ geil bemalt aussehen. Ja, sie haben sich also gegen Resin entschieden, haben Metallminiatum gemacht, finden das einfach auch wertiger, finde ich persönlich auch. Sie haben hier ganz coole Bases dabei, die stecken wirklich fest da drin. Das hält gut. Sie sind auch nicht zu hoch, was ich auch gut finde, weil das haben wir oft bei Flugzeugspielen, wenn die Bases zu hoch sind, kann es mal sein, dass sie dann auch Übergewicht bekommen und dann kippen. Das haben wir hier tatsächlich auch nicht, weil die Basen wirklich schön niedrig sind. Das kann man recht gut machen. Und ich habe hier einen Haufen voll Flugzeuge bekommen. Wahnsinn. Aber ich glaube, wir fangen von vorne an. Worum geht es in dem Spiel? Es geht hier um Luftkämpfe zwischen 1936 und 1946. Das heißt, sie haben gesagt, okay, ihr könnt halt irgendwie irgendwelche Luftkämpfe während des Spanischen Bürgerkriegs spielen, über den gesamten Zweiten Weltkrieg bis hin nach 1945. Also so ein paar experimentelle Geschichten. Selbst da könnt ihr noch Gefechte ausfeiten. Das heißt, wir haben also einen richtig großen Zeitraum von zehn Jahren, wo in der Flugzeugtechnik natürlich auch eine ganze Menge passiert ist. Und dementsprechend wird es auch richtig viele Miniaturen dazu geben. Wir starten mit einer Grundbox, die ihr auf Kickstarter erwerben könnt. Ab heute, ganz wichtig, ab heute. Und ich habe mir jetzt mal meinen Laptop geholt, weil ich mir das alles nicht merken kann. Und deswegen muss ich euch da tatsächlich auch ein bisschen was vorlesen. So, was ist jetzt anders an dem Spiel? Es gibt ja schon zahlreiche Simulationen im Luftkampf und was ist jetzt anders, was ist neu. Sie beschränken sich auf die Einfachkeit des Systems. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich bin ultra gespannt, wie sich das spielen wird. Wir werden das, ich denke mal direkt nächste Woche, wenn wir es zeitlich schaffen, werden wir es direkt nochmal auf den Tisch werfen und gleich mal austesten. Weil es scheint wirklich einfach zu sein. Und wir haben hier lediglich ein Regelbuch, was überschaubar ist. Wir haben hier ein Regelwerk von 60 Seiten in so einem quadratischen DIN A5 Format. Schön bebildert, farbig, sehr schöne Diagramme drin, Tabellen drin, alles super erklärt. Schön übersichtlich gestaltet, also Grafik und Layout gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dazu haben wir bekommen einen Quick Reference Sheet, der ist hier praktischerweise schon laminiert. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie das in der Starterbox kommt, ob das dann tatsächlich auch so kommt. Aber es ist schon mal sehr, sehr gut. Du hast hier einfach einen Zweiseiter, den hast du am Spielfeldrand liegen. Du kannst es also super überschauen. Und dabei waren noch hier so Statskarten, auch schön designt. Verschiedene Fraktionen mit vorne quasi den, ja wahrscheinlich den wichtigsten Werten, was es überhaupt ist. Und hinten haben wir dann noch die ganzen Eigenschaften, wie zum Beispiel Speed, Agility, Firepower, Manöver Rookie, Manöver Regular und Manöver Veteran. Achtung, ich habe hier die deutsche Ausgabe bekommen. Die Karten sind allerdings auf Englisch. Die Kickstarter-Kampagne läuft so, dass, ja aktuell wird in Englisch produziert. Aber sobald 100 Interessenten da sind, die das Ganze auf Deutsch haben wollen, dann wird es auch praktisch quasi für, ja in deutscher Sprache erhältlich sein. Und 100, ja was sind 100 Personen, das kriegen die auf jeden Fall zusammen und mit eurer Unterstützung sowieso. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein deutsches Regelwerk, haben allerdings englischsprachige Karten. Der Quick Reference Card ist allerdings auch in Deutsch gehalten. Die Karten sind aber auf Englisch gehalten, aber man arbeitet wohl im Regelwerk, im deutschen Regelwerk auch mit den englischen Begriffen. Also von daher ist das eigentlich ganz gut gelöst. Wenn hier steht Speed, dann wird nicht im Regelbuch, da stehen Geschwindigkeit, sondern auch Speed. Genauso auch wie Firepower, Agility und so weiter. Das ist also ganz gut, da kommt man dann auch ganz gut mit. Das heißt, wir haben hier auch nochmal ein Packen, schön designte Karten. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was man dann hier vorm Spieltisch liegen hat. Finde ich sehr, sehr gut. Und wir haben ein paar Marker. Und das ist wirklich mega überschaubar. Das sind hier so kleine Holzplättchen in zwei verschiedenen Farben. Einmal gelb und einmal rot. Jetzt bin ich gerade überfragt, ist das jetzt wirklich Holz oder ist das tatsächlich Acryl? Ne, das könnte auch tatsächlich Acryl sein. Oder es ist beklebtes Holz. Na ja, kann man mich ja nochmal in den Kommentaren darauf hinweisen, falls ich hier was gemacht habe. Voll Fehler gemacht habe. Aber es fühlt sich irgendwie an wie so Plastikart. Finde ich auf jeden Fall besser als Holz. Also ich hätte mir auch eine Acryl-Variante, könnte ich mir da gut vorstellen. Aber wir haben hier lediglich zwei Marker mit verschiedenen Farben. Und das wird dann quasi im Regelwerk erklärt. Und das ist dann ganz easy. Sobald da irgendein Zustand auftritt, zack, kommt hier so ein Ding draufgelegt und fertig. Ihr müsst nichts mehr markieren, irgendwie hier auf Karten und abstreichen und wie das ja oft so bei so Simulationsgefechten oder auch gerade wenn ihr so Naval-Gefechte spielt, da müsst ihr da abhaken und so weiter. Das fällt alles weg, sondern ihr habt alles auf einen Weg. Ihr braucht die Karte, den Reference-Sheet und ihr habt hier quasi ein paar Markerchen und dort werden dann quasi Zustände dementsprechend markiert. Ihr habt hier einen großen Marker in grün und in lila, ganz überschaubar, oder halt ein klein in gelb und in rot. Das fällt auch überhaupt nicht ab, wenn man hier die Flugzeuge bewegt, ist überhaupt kein Problem, die Dinger halten. Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja, eine weitere Besonderheit, ihr seht schon, Hexagon. Ja, das kommt da wahrscheinlich her, weil der gute Barbeck seit mehreren Jahrzehnten, kann man ja wohl fast sagen, Battle-Tech-Spieler ist. Ich denke mal, das kommt daher, finde ich aber ganz gut gelöst. Und wir haben hier ein Spielfeld. Auch da bin ich jetzt noch nicht so ganz schlau geworden, ob das tatsächlich die Größe des Spielfeldes ist oder ob man das größer spielen kann. Weil das finde ich persönlich ein bisschen klein, aber vielleicht ist es auch wirklich nur so zum Testspielen, um reinzukommen. Das kann ich mir vorstellen. Ansonsten gibt es ja inzwischen schon auch die ganzen Matten mit Hexfeldern. Das ist dann wahrscheinlich der einzige Nachteil. Wer jetzt vielleicht schon so eine Mathe hat, ich habe auch eine hier zum Beispiel, eine sehr, sehr gute von Deep Cut. Da haben wir Blood Reds Reis drauf gespielt. Die kann ich natürlich jetzt für das Game nicht verwenden, weil natürlich hier mit Hexfeldern gespielt wird. Da müsste ich mir jetzt eine zweite Mathe für kaufen. Aber gibt es inzwischen auch, habe ich schon oft genug jetzt gesehen. Aber ich finde die Idee dahinter nicht schlecht. Und das fand ich damals auch schon bei Das 47 gut oder auch bei Dead Zone von Mantic, dass man über Felder spielt und misst. Man hat also nicht mehr dieses mit dem Marsband und so weiter. Das hat mich bei Blood Red Skies auch so ein bisschen gestört, weil man natürlich mehrere Flieger auf dem Feld hatte. Und gerade wenn es dann so ein bisschen eng wurde, musste man da auch verschiedene Sachen messen. Und mit der Reichweite kommt man da jetzt mit dem Schuss dort an und wie ist das mit der Geschwindigkeit. Das war ein bisschen nervig. Und dann ist auch der eine oder andere Flieger mal umgefallen. Und dadurch, dass man natürlich kein Feld hat, sondern eine offene Fläche, ja, dann passieren da so Dinge. Ihr kennt das. Von daher finde ich die Mechanik da gar nicht so schlecht, wenn man sagt, wir machen das über Felder. Hey, ich habe hier zum Beispiel Speed, habe ich hier 1 bis 3, 4 bis 7, 1 bis 3, 4 bis 6, 1 bis 3, 4 bis 5. Ja, das sind dann wahrscheinlich die Felder, die ich mich bewegen kann. Das heißt, ich kann mich dann bewegen, 1, 2, 3, 4 Felder meinetwegen und weiß genau, okay, wie viele Felder kann ich jetzt wahrscheinlich noch schießen. Und das finde ich eigentlich, das ist eine schnelle Lösung, finde ich gut. Das ist aber auch so ein Ding, ja, das muss man mögen. Da sind nicht alle Fans von. Für viele fühlt sich das dann auch wieder an wie so ein Brettspiel, so ein bisschen. Finde ich persönlich gar nicht. Ich mag diese Mechanik tatsächlich, wenn man das über Felder macht, weil da kann es dann auch gar nicht zu Missverständnissen führen. Wenn man so, ah, ich bin jetzt hier noch so 1 Zoll, dann schiebt man doch nochmal und so. Und so kann es einfach keine Missverständne geben. Alles klar, das sind halt drei Felder, zack, fertig, ausgelöst. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Besonderheit dieses Spiels. Wir sehen also, der Spielspaß steht da ganz stark im Vordergrund. Wir haben geile Modelle, wir haben ein System, was über Felder funktioniert, also relativ simpel. Wir haben nur eine Handvoll Marker, also wirklich, das ist wirklich überschaubar, die wir einfach anlegen. Das ist, glaube ich, einfach, ja, das ist, glaube ich, so der Kern dieses Ganzen. Der Spielspaß steht im Vordergrund. Kommen wir nun zum Kickstarter selbst. Den haben wir sehr einfach erstellt, finde ich sehr, sehr überschaubar, sehr übersichtlich, finde ich sehr gut. Und zwar gibt es nur drei verschiedene Pledges. Einmal könnt ihr den Airman auswählen, da habt ihr quasi Zugriff auf diesen ganzen Pledge Manager. Ihr bekommt keine Grundbox, sondern ihr habt einfach nur Zugang, um halt einzelne Pakete dann im Nachgang zu kaufen. Dann habt ihr einmal den Early Bird für 65 Euro und den Hauptplätsch für 75 Euro. Der Early Bird ist für die ersten 20 Bäcker quasi da. Da könnt ihr also nochmal 10 Euro sparen. Dort bekommt ihr dann quasi die Grundbox und die freigeschalteten Pledges. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Wir haben in der Grundbox, haben wir tatsächlich gar nicht so viel drin. Es ist überschaubar. Es ist halt so, okay, da können zwei Jungs und Mädels ganz gut miteinander spielen. Aber das Gute ist jetzt, sie haben halt schon ultra viele Flugzeuge fertig. Und da schalten dann die ersten Sachen auch relativ früh sich frei. Und zwar, der Kickstarter ist mit einem Fundingziel von 1300 Euro angegeben, also sehr überschaubar. Und dann geht es schon los. Bei 1500 Euro geht es sofort los mit der Wildcat und dem Buffalo. Dann bei 1700 geht es weiter mit der Dauntless und dem Devastator Flieger. Bei 2000 gibt es nochmal drei neue Szenarien mit dazu. Ab 2300 gibt es dann Luftwaffe-Fighter, BF 109, Focke-Wulf 190, 2600, Hurricanes, Spitfire, die Briten am Start. Ab 2900 gibt es drei weitere Szenarien. Ab 3200 kommen dann die Franzosen mit ins Spiel, mit der H-75 und der MS-406. Finde ich auch sehr spannend. Ab 3500 kommen dann nochmal Japaner mit ins Spiel. 3.800 neue Szenarien, 4.200 gibt es weitere Fighter mit der I-16 und der HE-112. Mustang, Hellcat, also Wahnsinn. Und ab 5000 Euro gibt es dann das erste Modell und zwar einen Aircraft Carrier. Den haben wir auch schon hier. Und zwar haben wir den auch hier schon als Modell vorliegen. Also auch ein hübsches Zinnmodell. Und ich muss sagen, allein diese MGs hier vorne, die sind Millimeter und die sind so geil. Also da ist nichts verbogen. Das ist ultra gerade. Da ist nichts. Also sieht wirklich spitze aus. Und hier haben wir auch einen sehr, sehr kleinen Flugzeugträger, der wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle spielen wird. Wie gesagt, ich habe die Regeln noch nicht gelesen. Das werden wir alles im Nachgang noch machen. Wir werden das definitiv auch mal testen. Flugzeugträger sieht auch sehr nice aus. Coole Qualität. Ja, Schilling-Qualität halt. Wie der sich jetzt spielt, muss man dann wirklich mal gucken. Der hat jetzt kein Hexfeld-Base. Also wird der sich, ja, keine Ahnung, wie der sich bewegt. Aber der wird ab 5000 Euro auch freigeschaltet. Also ihr seht schon, das ist eigentlich ein sehr, sehr überschaubares Projekt. Und wenn ihr euch mal die letzten Kickstarter von Air46 anguckt, die sind auch explodiert. Und ich hoffe auch, dass dieser Kickstarter genauso abgeht. Denn ich finde, das ist mal wieder ein weiteres Spiel. Erstens mal wichtig ist, dass die 100 Leute da kommen, die das Ganze in Deutsch freischalten. Das heißt, wir haben endlich mal wieder noch ein weiteres WW2-Game im deutschsprachigen Bereich. Es ist ein sehr schnelles Spiel, denke ich mal. Es ist auf jeden Fall ein sehr schnell erlernbares Spiel. Und es ist wirklich überschaubar. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Barbeck, an Dennis von Air46, Tobi und Evelyn auf jeden Fall, dass ihr uns Material zur Verfügung gestellt habt. Da werden wir natürlich jetzt auch noch mehr machen. Oh, ich habe noch was unterschlagen. Hier ist noch eine kleine Tüte Marker. Noch kleine Holzmarkerchen. Wir haben jetzt jede Menge Material bekommen und wir werden das definitiv auch austesten. Ich werde gleich nächste Woche mit dem Thomas mal quatschen. Und zur Not spielen wir es erstmal unbemalt. Aber ich möchte das unbedingt austesten, weil ich finde solche Fliegersysteme eigentlich ziemlich geil, weil ich das als eine coole Ergänzung sehe für bestimmte Sachen wie Bolt Action, Operation Squad, Battle Group. Da kann man immer geile Nebenmissionen machen mit zum Beispiel Luftkämpfen. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr daran interessiert. Luftkämpfe, Navalgefechte und wenn die schnell erlernbar sind und eine coole Mechanik haben, dass sie schnell spielbar sind und überschaubar, vor allem überschaubar sind, dann finde ich das immer sehr, sehr interessant. Von daher, wir werden das direkt nächste Woche spieltechnisch nochmal austesten. Und dann, ja, wir hoffen einfach während der Kampagne einfach nochmal einen kurzen Spielbericht euch zeigen zu können, damit ihr einfach auch nochmal einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze abläuft. Deswegen werde ich, ja, ich werde es versuchen am Montag mit Thomas direkt noch ein kleines Spielchen zu drehen. Dann werden wir einfach, was untypisch ist eigentlich von uns, mit unbemalten Modellen spielen. Aber es geht leider nicht anders, weil wir zeitlich auch, ja, dieses Wochenende, ja, es ist die Konflikt. Leute, es ist Konflikt und deswegen sind wir an diesem Wochenende unterwegs in Köln und am Sonntagmorgen, also wenn ihr das seht, morgen sind wir Top-Tables in Köln, die haben Ladengeburtstag. Von daher schaffen wir nichts mehr anzumalen. Aber wir werden, ich kann es euch nicht versprechen, aber ich versuche das mit Thomas am Montag direkt aufzunehmen, dass wir euch noch direkt am nächsten Tag noch einen Spielbericht zeigen können, damit ihr halt einfach auch einen Eindruck davon bekommt. Und dann überzeugt euch das vielleicht noch mehr. Aber vielleicht hat euch dieses Video jetzt auch schon überzeugt, deshalb bitte ich euch die Jungs und Mädels da unbedingt zu unterstützen. Es ist wieder, ja, made in Germany, ist es immer geil, made in Germany. Von daher, ja, klickt jetzt unten unbedingt in die Videobeschreibung beziehungsweise im angepinnten Kommentar findet ihr den Link zum Kickstarter. Ja, ich bin sehr gespannt, ich werde das ganze Projekt weiter verfolgen. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt einen guten Einblick. Danke auch nochmal an Evelyn und Tobi, weil, ja, die machen das einfach immer mega professionell. Es braucht mehr Leute von euch in diesem Business. Von daher, ich glaube, ihr habt jetzt auch einiges an Bildern gesehen und das ist immer sehr, sehr schön aufgearbeitet. Wenn alle so arbeiten würden, dann wäre das hervorragend. Also, ne, ein Aufruf an alle anderen da draußen. Wenn ihr mal was macht, dann macht es doch bitte mal richtig geil. Okay, so, das war es zu diesem Video. Wie gesagt, wir schieben auf jeden Fall noch einen kleinen Spielbericht hinterher in den nächsten Tagen. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr spielt auch ganz viel. Ich hoffe, dass ich am heutigen Tage auch ein paar Sachen spiele. Und vielleicht kann ich es sogar auf der Konflikt spielen. Das ist übrigens eine Idee. Ich habe ja eh Kamerazeug dabei. Wenn, ich gehe davon aus, dass sie auf der Konflikt sind, dann werden wir einfach da die Kamera mitlaufen lassen. Wir machen da einfach ein kurzes Demo-Spiel. Vielleicht kriegen wir das hin. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. So, jetzt verlasse ich euch. Ne, jetzt lasse ich euch. Naja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.